was geht ab und youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls 19 im ls 19 david vs goliath projekt gegen team david weil wir sind team goliath zusammen mit dem mac manus und unserem wunderschönen team hallo hallo halt stopp halten sie an bitte hier muss eine kontrolle gemacht werden hier wird uns recht scheiß aufs feld gebracht ich sag das letzte war ich kann auch ihre reifen zerschießen ich sage nicht einmal okay ich wollte eine mutter an seid ihr schon auf dem rückweg tino ich fliege ja aber machen wir wirklich in den flieger jetzt da kommt da dahinten jeder hat jetzt die zweite bahn fertig ja er hat er nicht jetzt noch unterwegs aber 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 du musst verdammt aber schneller fahren hallo mal zwitten rein jetzt der junge mein fuß der schleift doch schon im kreis mensch die karre macht nicht schneller das gibt es ja gar nicht so schön sagte jetzt sagte sagte schön sagte man der karte sieht man die bodenbeschaufenheit nicht so schön bisschen schlecht aber der aber der sandweg ist schön gemacht rein und dein reifen ist platz du musst aussteigen er ist doch nur unten bleibt der reifen das geht doch noch genau ja ja nicht so weit vorher richtige fließbandarbeit hier noch hier geht es richtig ab junge ich habe die meiste action fakt qualität am stoff abflug auch kommen schon jetzt macht er nicht so ein quatsch wer sitzt in dem letzten schon das bin ich warum brauchst du so lange verdammt ich von so lange gebraucht habe ich zu beladen ich weiß schon so kommen hat sie ist in zwei bahn fertig schubkanone junge schubkanone wirst du vor ne passt lasse und go gut blank was hier los wird ihr noch beladen doch mal was los mal so von radlader fahrer zu radlader fahrer fährt er jetzt erst los jungs wir sind richtig gut gibt gummi wir sind gut unterwegs ist kein scheiß jetzt wie sind wir haben das ding wieder aufgeholt wir haben das ding wieder aufgeholt so früh gefreut team goliath kann ich dazu nur sagen einfach zu früh gefreut aber so ist das so ist das ja ist doch kein wunder bei uns ist qualität am stopp na hier ist ja was jeder am start ist teamwork wir haben kein schweizer im team das ist der vorteil genau da steht dir vor du hast den schweizer im team denn ein bisschen mit team wirklich bis am arsch ich freue mich schon so auf den pokal ich freue mich schon so auf den pokal wie steht es überhaupt eigentlich das weiß auch keiner ne goliath goliath david mäßig wir liegen vorne ganz einfach einer verdammte scheiße nutzt die ganze arbeitsbreite dann habe ich lücken ach so okay alles klar da sind überall lücken dazwischen guck mal hier ne pass schon alles gut ich wollte dir nicht noch ich wollte nur noch mal den ansporn wollte ich dir noch mal gehen du wirst noch nicht einen reintreten ins kreuz nee gar nicht scheiße was liegt hier für die riesen haufen ja scheiße der hat uns hier manipuliert man sagt man passiert ja der hat meine schaufel abgekippt was machst du völlig klar ich weiß ist ja schon voll ja sagt doch mal was ihr bist der team guter schachzug free 7 strafen wie du dann wäre das ausgeleert stopp stück vor sie jetzt jetzt mal ohne ohne quatsch ich habe aber tino mit der schaufel runter über das feld fahren sehen jetzt gerade mit der schaufel damit dann hat man also bist du rückwärts gefahren da habe ich gesehen wie die scheiße rausgefloppt ist daraus gekullert nicht denn er so ist das nee gar nicht hier rief müsste aber eigentlich aufhebe können ja habe ich noch keine zeit gerade das ist das problem ja gleich bis jetzt hier aus war der war der staubstimmel und der nächste auf geht's komm weiter 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 ja 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 und go perfekt sehr gut jungs das liegt da wie geschmiert und da sind wir schon wieder unterwegs sind wir da schon wieder sieht dabei ist noch relativ gleich aus nein sieht es gar nicht das problem ist der hat jetzt hier mittendrin geladen das heißt der lädt jetzt immer in der mitte nicht mehr diesen fahrt weg ich habe das nämlich schon mitgekriegt hier wollte ich nur mal so anmerken gut scheiß die waren an jungs wir müssen gas geben freunde gas geben müssen wir aber dass er in der mitte lädt ist nicht verboten oder er muss nur einfach zum trigger zum ladetrigger fahren das ist sagen wir können uns doch aufteilen kino zwei jahre und zwei gefahren das macht keinen sinn was er trifft sich ja dann immer irgendwo das bringt sie merkte die verzweiflung ich merke ich merke ich merke ich bin komplett leer 10 prozent sind noch drin ist das mal gucken da machen die wahrscheinlich noch mal bisschen boden gut jetzt hier ja wenn ich strecke kürze ist gerade ist alles so komm mal raus ist deinem träger ich will mal ein paar wie man mit der fratze in die scheiße ditschen jetzt kommt er mal schon du hast dich doch gerade schon in unsere scheiße eingesetzt hat wo man die schönen über riesen mit scheiße ja jetzt stehe ich drauf so was es ist voll mein ding kommt ihr schon wieder zurück jungs das merkt man schon ich habe immer längsten rückweg habe ich gerade durchge ein stück vor bitte sportlich kollege sportlich punktlandung wirklich punktlandung ja muss man so sagen so und dann kommt noch einer der nachzügler hier noch mal hier mal hier ui ich sehe ja friezie zittern schon die hände im schlepper nö was im schlepper also dumme was will ich dir nicht raten so was zu tun weiss nichts von was du sprichst naja unseren traktor hier abzudringen am brems ist rausgefallen aber so abzudringen das gelände gar nicht aus ne ne weil du bist jetzt berg aufgerollt du wirst dich glauben ich glaube ich bleibe noch besser hier naja besser ist das so jungs komm gib du mir stehen auf dem gas war schon innenplan der fuß schleift schon auf dem boden hätt vorher mal eine einspritzpumpe ein bisschen drehen müssen ja ja fällt ist gleich fertig frisi oder ja ja unser zess erricht hm 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 frisi weisst du was an bei dieser anderen Zeit der Radladerfahrer ist es nicht so geübt er macht die einen oder anderen Fehler ich glaube der ist ja nervös hm hm genau ich meine einfach irgendwelche überhaupt nicht aufstellen das macht schon sinn nein ich habe jetzt dreimal zugeschaltet das dreimal denselben fehlermacht welchen denn dass die hochgibsch auf vielleicht abgekippt da entlässt schneller was habe ich nicht abgekippt das stimmt die hochgibsch auflacht ja nicht alles gewährt du hast die ganze schaffe gekehrt und nicht die schaffe gekippt einmal zugeschaut dreimal falsch gemacht ja mein gott also ob das so viel schneller geht ja ist tatsächlich so ja lehrer von zwölf gesagt dieser besser für die federung vom misstreuer da flatsch das nicht so schnell rein ja kriegst du auch nicht wieder raus wenn er so verdichtet da drin ist aber wir sind ja froh dass wir so einen experten wie dich hier dabei haben muss man sagen was wird man in den projekten machen sonst ja das ist ja wollte euch an meiner qualität teilhaben lassen da zieht sie echt den bürgerreiz zusammen muss ja nicht aufpassen dass das ist das ist das ist ja auch von gestern ich noch rausküpf kommen irgendwie so kratzene malz gehabt kohle kongo verheiratet ihr macht nicht so ein quatsch kommen verheiratet das ist so wie weit haben sie noch der hat selber streifen aber nicht so viele wie ihr ja mein gott du kennst das ja bei einer tapete hast du links 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 anders und die meter versatz hast du rechts zwei meter wird vier mal so viele streifen haben gibt genauso nicht schneller aus gibt genauso nicht schneller aus doch gibt schneller aus ja gut dann gibt es schneller aus ein fehler erst nervös er ist nervös oder was laberst du jetzt hörte mal auf zum gulasch zu reden ohne mist wo gibt es gulasch ja bei dommel gibt es schon gulasch auf jeden fall option würde ich nehmen doch ich glaube ich muss den letzten nicht noch mal beladen oder doch 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 wahrscheinlich sogar den ersten noch einmal naja da fällt noch mein dir nicht hier kommt mit der breite vielleicht hin da denke ich nicht ob es nicht knapp haben wir schneller laufen hier drauf mann oder sitzt ja nur den speed hoch lehrer speed aber du läufst doch schneller ja hat das glaube ich mit der mann zurück gemacht ja 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 genau gibt einfach nee ich kann so nicht kippen fahr doch mal zurück ja du hängst fest ich kann jetzt zurück ich habe hochgebrochen so weißt du weil wir hast du schneller gemacht was die über was die echt was kann man das schneller machen weiß ich das konfig also hat jetzt gerne zeigen ja nie ist ja wie der blais bied oder ja 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 einer muss noch mal mindestens wird nach oben ja noch breiter genau ich würde sagen alle noch mal alle das ist schlecht wie viel hast du drin für ich weiß ich komm rüber brauche auch nicht mehr voll brauche auch schön die scheiße die qualität mal schön geduscht ne es gibt nichts über mal schön geduscht machen wir noch zwei frisi sehr schön kalkulier lieber nicht zu knapp doch doch aber lass dich mal machen wird sagen nur noch hinterfahrende bis fertig von oben bitte musst du nur noch runterfahrende bis fertig was ich mache der warte 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 ich fahr dann aber mit runter von unten an und die rest von oben oder was genau wir machen so wie bis eben ich bin hinter dir naja und die handbremse auch ich kann es nicht mehr kontrollieren ich hätte auch noch solche assi moves zu machen ich sehe dich aber doch ich hab dich schon gesehen am rücken jetzt ja x10 wo bist du ihn bei der ich selbst ja ja alles gut das war jetzt aber schnell ja ich mache immer die klappe runter dann kann ich vorher schon weg weißt du war nicht so hoch stück vor bitte noch weiter es wird knapp ist für sie fertig wenn er unten ist oder nicht muss ja noch mal ein stück hoch fahren ich lasse die überraschung das ist viel schöner noch mal muss noch mal hoch aber vorhin warst du ja voll westdeutschland und die schweiz ich wollte nur noch mal eben ganz kurz mitteilen da sieht man es wieder wie die ostdeutschen hier geblögt haben so was gesagt deutschland und die schweiz holen den pokal für goliath überhaupt kein problem dann haben wir schon nicht beschissen ja tatsache richtig ich hau den um diesen diesen pisser hau den pisser um ey der hat sich anders verdient diese lavatanne hier guckt jetzt an jetzt spritz scheiße vornherein in den traktor so muss das aussehen so genau so muss das aussehen bleibt gleich so stehen kann schlecht mein foto machen wow danke dass ich mein foto machen durfte ne einfach nur das ist einfach sinnlos so na gut aber wir sind fertig meine lieben freunde ja ihr habt es gesehen knappes ding war es dennoch und ja ich weiß gar nicht wie viel waren bei uns noch jetzt übrig im endeffekt nicht viel aber nicht mal ein bisschen was ok einmal hoch und ich noch letzter stehle von der bahn werde verstehen hier genau naja schade schade na gut kann man nicht ändern ist aber so team goliath hat gewonnen herzlichen glückwunsch und ja in diesem sinne sind wir erst mal raus und bis dahin tschüss 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 tschüss